Die Steigerungsobjekte Die Steigerungsobjekte Die Steigerungsobjekte Die Steigerungsobjekte Ah, kreuzig miteinander! Haben Sie sich schon über die Steigerungsobjekte unserer nächsten Agente informiert? Nicht? Die findet ja am 25. November im Kurseinheiden statt. Insgesamt versteigern wir an dem Tag zwei Liegenschaften und neun Stockerkregen die Auseinheiten. Die Steigerungsobjekte befinden sich auf der Sonneterrasse über dem Bodensee. In der Mitte der sanften Hügel und satten Weiden vom Appenzeller Vorderland. Zwischen dem Wiedermeierdorf Heiden und dem Konturdorf Trocken. Die Einheiten im ersten Obergschoss sind sowohl für wohnliche als auch gewerbliche Zwecke wie z.B. Bürochönlichkeiten bestens geeignet und bieten viel Raum zur Entfaltung. Wiederum im zweiten Obergschoss sind grosszügige Eigentumswohnungen die sich durch harmonische Architektur und Komfort auszeichnen. Die idyllische Region laden zum Wandern, Biken oder Spazieren ein. Hier der Heiz sein bedeutet weit mehr als nur wohnen. Es ist Leben in Reierkultur. Steigerungs- oder Kaufinteressenten die eine genaue Auskunft über Gantmodalitäten Schätzungsberichte oder eine Besichtigung wünschen dürfen sich gerne jederzeit per E-Mail unter betreibungsamt at heiden.ar.ch auswenden. Haben wir jetzt auch Ihres Interesse geweckt? Dann informieren auch Sie sich über das gewünschte Steigerungsobjekt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.